Hallo und herzlich willkommen bei Hauptstadt Sport TV. Mein Name ist Nils Tischer und neben mir meine Kollegin Katharina Kleinfeldt. Ja, wir haben ereignisreiche Tage vor uns, denn hier in Berlin hat das Frühlingsfinale von Jugend trainiert vor Olympia begonnen. Und wir werden natürlich an allen drei Tagen exklusiv von den Wettkämpfen berichten. Wie ihr seht, sind wir schon da an einem Wettkampfsort und hier wird fleißig Handball gespielt, aber dazu kommen wir später noch. Weiterhin in unserer Sendung heute Badminton und Goalball. Genau, aber bevor die Wettkämpfe natürlich starten konnten, mussten erstmal alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen hier ankommen. Es ist wieder soweit. 3000 junge Sportler aus ganz Deutschland. Fünf Tage in der Hauptstadt. Wir kommen aus Schleswig-Holstein, Meisenheim, in Rheinland-Pfalz. Aus Bayern. Aus Brandenburg. Aus Nordrhein-Westfalen, aus Mettingen. Aus Sachsen-Aal. Aus Hessen und spielen Badminton. Volleyball. Gerätetür. Handball. Zum 45. Mal Jugend trainiert für Olympia und Jugend trainiert für Paralympics. Das Frühjahrsfinale und alle sind froh endlich da zu sein. Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin, das ist das Motto für uns und sind froh in der Hauptstadt zu sein. Ich hoffe, dass es faire Spiele sind, aber vor allen Dingen, dass die Jungs auch Spaß haben. Wir werden auf jeden Fall unter den ersten drei kommen. Die Landessieger aus allen Bundesländern treffen hier in acht Disziplinen aufeinander. Die sportlichen Wettkämpfe stehen natürlich im Vordergrund, aber wer in Berlin ist, will auch die Stadt erkunden. Wir wollten noch ins Musical vielleicht gehen. Reichstag, also das Brandenburger Tor, eigentlich alle großen Sehenswürdigkeiten. Ankunft war wie immer am Berliner Hauptbahnhof. Die Deutsche Bahn ist Hauptsponsor. Ein sportbegeistertes Unternehmen, das vor dem logistischen Aufwand nicht zurückschreckt. Wir organisieren diesen Transport in Gruppenfahrten, weil wir auch finden, dass auch die Anreise und auch die gemeinsame Abreise zum Gesamterlebnis gehört. Dazu gehört nicht nur der Sport hier in Berlin, sondern auch das Fahren in der Bahn. Unter den 166 Teilnehmern für Jugend trainiert für Paralympics können auch die Rollstuhlfahrer bequem anreisen. Der Hauptbahnhof ist gerüstet und bietet die Kapazitäten. Und es gibt einen Mobilitätsservice, der rund um das Jahr zur Verfügung steht, wo sich mobilitätseingeschränkte Reisende rechtzeitig melden können. Ihnen wird dann an allen Bahnhöfen in Deutschland geholfen. Lena und Lennart spielen Rollstuhlbasketball. Jetzt wird die Zeit aber erstmal für Sightseeing genutzt. Morgen geht's dann los mit den Wettkämpfen. Die Erich-Kessner-Schule aus Hessen ist bereits zum fünften Mal dabei. Das ist halt nochmal eine Herausforderung im Gegensatz zum Hessenentscheid. Das macht uns immer sehr viel Spaß. Man weiß halt nicht so richtig, was dann auf einen zukommt. Für mich bedeutet Rollstuhlbasketball sehr viel, da ich ganz gerne Sport mache und halt auch mit anderen Leuten einfach zusammen bin. Die Stadt ist bereit, die Sportler sind bereit und wir freuen uns auf spannende Wettkämpfe. So Nils, nochmal die Augen zu, ich hab was mit dir vor. Willst du mich jetzt wieder schlagen? Ich schlag dich sonst auch nicht. Ja, ja, ja. Obwohl, heute vielleicht mal. Ah, Mann ey! Okay, nein, was wir eigentlich machen wollen ist, du musst mir jetzt mal sagen, was du alles hier in der Halle hörst. Okay, ich hör Schritte, Quietschen der Schuhe. Ja, und wo ist der Ball ungefähr? Schön gespielt! Na ja, keine Ahnung, ich hab die Augen zu. Okay, ich seh schon, du bist ungeeignet, denn da bräuchte man richtig gutes Gehör, Intuition und Orientierungssinn. Weißt du jetzt, was ich meine? Ich glaube, und zwar Goalball, oder? Ja, na endlich! Das ist ein ganz besonderer Sport, der dieses Jahr ist ja das erste Mal normal. Richtig, genau. Letztes Jahr war er nämlich als Demonstrationswettbewerb dabei und dieses Jahr richtig im Wettkampf integriert. Denn Jugend trainiert nicht nur für Olympia, sondern auch für Paralympics. Goalball, viel Spaß! Absolute Ruhe bitte! Totenstille in der Halle, eigentlich Gift für jede Sportart, beim Goalball aber zwingend notwendig. Wir haben einen Ball, der ist 1,25 Kilo schwer, aus Hartgummi und hat so innen drin kleine Glöckchen, so dass man den akustisch wahrnehmen kann, theoretisch. Und ja, wir versuchen dann im Grunde genommen mit unseren drei Spielern, die alle eine dunkelbrille tragen, so dass man während des Spiels nichts sehen kann, drüben auf der anderen Seite ein Tor zu erzielen. Und dabei müssen wir den Ball relativ bodennah immer werfen, so dass man den akustisch wahrnehmen kann. Und ja, wir sind Angreifer, sobald wir den Ball werfen und müssen aber auch gleichzeitig unser 9 Meter breites Tor verteidigen, was bei drei Leuten, die nichts sehen, immer nicht ganz einfach ist. Goalball erscheint auf den ersten Blick kinderleicht. Den Gegenbeweis hat kein geringerer als Stefan Raab erbracht. So, der vielleicht jetzt, der vielleicht jetzt. Ja, da ist er! Na bitte! Da war jetzt mal ein bisschen Tempo drin, 1 zu 3 aus Sicht von Carolin. Hälfte ist rum für beide. Caro! Die Hälfte der Versuche. Wie er schön hinter die Hörchen packt! Man guckt natürlich immer aus der Gullballer Perspektive, aus der Spielerperspektive. Und war natürlich witzig. Es war natürlich auch noch mal abgewandelt. Das Feld war kleiner alles und hatten auch mehr Zeit zum Werfen. Waren schon abgewandelte Regeln. Aber klar sieht es natürlich erstmal witzig aus, weil da haben sie sich natürlich nicht mit Ruhm bekleckert. Und wenn sie sich da über dem Boden so lang krabbeln, ist das schon erstmal amüsant. Goalball erzeugt Spaß, vor allem durch die Gemeinschaft. Unter dem Motto, drei Freunde müsst ihr sein. Man braucht ein Team, was einem auch gut zuhört, weil man ja blind ist. Das heißt, es ist ja die Gleichberechtigung. Es kommt mir so egoistisch vor, als wenn man den Sieg nur für sich haben möchte. Und wenn man das in der Mannschaft hat, ist das viel schöner. Es ist einfach, dieser Zusammenhalt ist angenehm. Ohne sie würde ich das gar nicht richtig können. Ich kann mich auf sie verlassen. Sie sind für mich da. Sie helfen mir. Sie sind mir sehr wichtig. Also ich vertraue meinem Team blind, sozusagen. Blindes Vertrauen trotz absoluter Ruhe. Oder gerade deswegen. So, wir haben uns jetzt mal unter die Teilnehmer gewischt. Wer bist du? Lea. Und wo kommt ihr her? Aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind auf dem Gymnasium im Campen. Alles klar. Und wie hat euch das Turnier bisher so gefallen? Also wir haben bis jetzt ein Spiel gewonnen. Auf jeden Fall. Also bis jetzt gut. Habt ihr euch was Besonderes vorgenommen? Halt die Spiele weiterhin so zu spielen wie das erste. Okay. Ja, hier oben sitzt die Dana neben mir. Dana, was habt ihr denn bisher von Berlin schon gesehen? Ihr seid ja gestern erst angekommen. War da überhaupt schon Zeit? Ja, da war schon Zeit. Wir haben schon eine Bootstour gemacht. Und den Reistag haben wir auch schon gesehen. Und das Brandenburger Tor haben wir uns auch schon angeguckt. Okay. Und was habt ihr euch noch vorgenommen? Ihr seid ja noch ein paar Tage hier. Ja, wir wollten auf jeden Fall noch eine Shoppingtour machen. Und auch in ein Musical gehen. Hinterm Horizont. Das wollten wir uns auch noch angucken. Oh, schön. Dann wünschen wir euch da mal ganz viel Spaß dabei. Und wir schauen uns jetzt einfach mal an, was am ersten Wettkampftag beim Handball so los war. Fairness, Teamgeist, Einsatzfreude, Grundpfeiler von Jugend trainiert für Olympia und Jugend trainiert für Paralympics. Jährlich findet das weltgrößte Schulturnier unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten statt. Und ist das perfekte Sprungbrett vom Schulsport zum ganz großen Traum. Ja, klar denkt man da schon mal drüber nach, wie toll das sein könnte, wirklich in so großen Handballhallen zu stehen und dann vor großem Publikum zu spielen. Aber ja, das ist noch lange hin bis da. Und ich denke, das hier ist schon mal ein guter Anfang. Am ersten Tag ging es bereits hoch her. 16 Bundesländer aufgeteilt in vier Gruppen. Die ersten beiden, jeder Gruppe, treffen dann in einer Zwischenrunde aufeinander und machen die letzten vier unter sich aus. Organisatorisch eine Meisterleistung. Also die Organisation ist super, sehr, sehr gut vorbereitet. Der Empfang klappt sehr gut, die Unterkünfte sind sehr gut. Die Organisation, wie man von A nach B kommt, ist alles vorbereitet. Man muss sich eigentlich um wenig kümmern. Das Turnier natürlich für Mädchen und Jungen ein Wahnsinns-Event. Doch neben dem Sport bietet Jugend trainiert für Olympia und Jugend trainiert für Paralympics mit der Hauptstadt Berlin einen weiteren Höhepunkt und manch witzige Geschichte. Es ist gerade für uns natürlich, wo wir von der holländischen Grenze kommen, eine ganz tolle Sache, weil wir eine lange Zugtour hinter uns haben. Die Mädels sehen die große Stadt. Wir hatten gestern eine lustige Sache, da wollten sie bei Rode über die Ampel. Da haben wir gesagt, in Berlin ist das ein bisschen gefährlicher als bei uns am Dorf. Und deswegen ist das eine unheimlich große Erfahrung, eine tolle Erfahrung, die die da machen. Am Freitag finden dann die Finals statt und da könnten diese Damen ein Wörtchen mitreden, dass Luise von Duisberg-Gymnasium aus Kempten gewann. Drei von drei Spielen übersteht man jetzt noch die Zwischenrunde. Sieht gut aus für die Mädchen aus Nordrhein-Westfalen. Wir wollen schon jetzt nicht nur von der Gruppe der Erste bleiben und dann in den nächsten Spielen jetzt alles verlieren. Also wir geben schon weiterhin unser Bestes und mal sehen wir werden willkommen. Wer es am Ende macht, wer die Titel holt, seht ihr natürlich bei uns und auf der unten eingeblendeten Adresse. So, wie ihr seht, haben wir die Halle gewechselt, sind hier nach Schöneberg gegangen zu den Jungs. Auch immer noch Handball. Wettkampf Klasse 2 war das bei euch, ne? Ja. Die beiden jungen Herren haben mir hier ihre Namen verraten, aber ich kann sie mir nicht merken. Sag zu mir nochmal. Bjarne. Jeldrick. Gut, hallo ihr beiden. Ja, ihr hattet gestern die Ankunft, heute geht es jetzt los, jetzt gleich geht es los. Seid ihr denn aufgeregt? Ja, also wir sind den Druck gewohnt, aber es ist schon was Neues. Ist schon was Neues? Ja. Ich habe nämlich gesehen, auf eurem Pulli steht ihr seit Landessieger Schleswig-Holstein 2014. Das heißt, ihr habt wahrscheinlich auch hohe Erwartungen an das Turnier, oder? Ja, also wir versuchen auf jeden Fall unter die Top 8 zu kommen und alles was darüber geht, das versuchen wir dann. Also wir versuchen natürlich unser Bestes, aber so unter die Top 8 haben wir schon so versucht. Ok, euer erster Gegner heißt? Bremen. Und? Ist es machbar? Wir kennen die Mannschaft ja nicht, das ist ja das Spannende an dem Turnier und da müssen wir gleich gucken. Ok, gut, dann wünschen wir euch natürlich viel Glück. Die Jungs, die Jungs wollen mich schon mit ins Team aufnehmen hier, ist richtig cool. Meinst du, ja? Ja, ja, macht richtig Bock. Wo sind wir gerade? Ja, nächster Beitrag. Ah, siehste. Dann Badminton kommt als nächstes, schaut euch mal an, was da so abgegangen ist. Die Jugend trainiert für Olympia Badminton. Auch hier natürlich wieder ein kunterbunter Mix aus ganz Deutschland. Von der Berthe Brecht Schule in Nürnberg. Ja, wir sind aus Niedersachsen, von der Karl Friedrich-Gau-Schule. Also wir kommen aus Bremen, von der Freien Evangelischen Bekenntnisschule. Und sie sind alle hier klar zum Spaß, aber auch für den Wettkampf. Ich denke, das ist eine wunderbare Veranstaltung. Wir hatten hier schon viele Spieler, die auch später in Nationalmannschaften gespielt haben, teilweise auch an den Olympischen Spielen teilgenommen haben. Also ich finde, das ist eine richtig coole Idee, auch überhaupt, dass sie auch mal Schulen vergleichen, weil das ist jetzt ja auch nicht so oft. Man kann auch andere Leute kennenlernen und eben, dass es auch verschiedene Sportarten sind. Und da kommt man auch irgendwie so in dieses Feeling, wie es wirklich bei einer Olympia vielleicht laufen kann. Badminton, oft als Federball eher belächelt, ist Highspeed-Sport vom Allerfeinsten. Und das Niveau bei Jugend trainiert, kann sich mehr als sehen lassen. Aber was macht es denn nun wirklich aus? Die Geschwindigkeit und das Reaktionsvermögen. Es macht mir einfach Spaß. Ich spiele jetzt schon seit ein paar Jahren und einfach, dass man auch Training in der Schule Zeit hat, ist halt super. Und wenn ich aufs Feld gehe, genieße ich das. Und wie läuft es bis jetzt? Bis jetzt ganz gut. Das letzte Spiel haben wir gut gewonnen. Ja, wird sich zeigen. Also wir waren jetzt schon ein paar Jahre hier in Berlin. Das war immer okay. Und dieses Jahr haben wir ein bisschen Glück mit der Auslösung gehabt. Werden wir sehen. Ich bin WK3. Da sind wir auch an 1 gesetzt. Und das erste Spiel auch 7-0 gewonnen. Also es sieht gut aus. Und die Top-Favoriten der letzten Jahre aus Hamburg und Bayern sind wieder voll auf dem Vormarsch. Auf dem Weg ins Finale. Eben gerade haben wir sie noch interviewt. Jetzt ist das Spiel hinter uns schon im vollen Gange. Die Stimmung ist am Siedepunkt. Und so ist das überall in Berlin. Ja, wir werden die Jungs hier gleich noch ein bisschen anfeuern. Und ihr denkt dran, klickt fleißig rein. Wir bringen jeden Tag eine Tageszusammenfassung von Jugend trainiert für Olympia. Unser Spezial. Ja, morgen übernehmen wieder Jessie und Kai. Und bis dahin bleibt uns nur noch zu sagen, bleibt sportlich! Bleibt sportlich!